yo was geht ab hier ist euch nur und zahlt euch heute einen kleinen aber feinen trick wie ihr die banshee waffe im privaten match benutzen könnt jetzt erstmal ein paar bots aus ja und dann geht ihr auf spielmodus ändern und wenn ihr spielmodus ändern gegangen seid geht auf community beliebt und dort geht ihr dann einfach auf banshee ja und wenn ihr das gemacht habt müsst ihr ganz einfach locker easy auf ja drückt und wenn ihr auf ja gedrückt habt statt einfach dieses spiel danach und dort wartet ihr bis der countdown abläuft und ja ihr müsst einfach dann irgendeinen bot killen das seht ihr jetzt gleich im restlichen gameplay ja bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.